Kölzpferd, ein Geschenk meiner Mutter, ich erinnerte mich kaum an sie, aber an diesen bedrittenen Satten erinnerte ich mich sehr gut. Mein Blick auf ihn genügt und ich fühle mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt, ein paar Jahre später sah ein blutiger Krieg aus und ich war auf einmal zu alt für derartiges Spielzeug. Vaters Gürtel Ich weiß nicht einmal mehr, wie oft ich damit verprügelt wurde. Jetzt ist einer ein Wunder, dass er noch in einem Stück ist. Vater verprügelte mich manchmal für Misstaten, die er sich nur eingebildet hatte. Er behauptete unter anderem, ich hätte die Gäste bestohlen, ich hätte nachts mit jemandem auf den Flur gesprochen oder ich wäre in die Miene geschlichen. Nix davon war wahr. Irgendwann dachte er, dass eine härtere Bestrafung erbordelig wäre, da ich mich so daran gewöhnt hatte, verprügelt zu werden. Er fing danach an, für Stunden, manchmal sogar tagelang in Dunkeln einzusperren. Ich bekam gerade wieder in der Schiefwind, wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl von Gegenständen geprüft. Weg damit! Weg damit! Kerzen und Machen ist wichtig! Achso, ja Das Schloss im Keller Das, was in der Gegenwart zugemauert worden ist Was bedeutet, da war was Da ist jetzt etwas Was verbergen Blieben muss Ach, schon wieder Nein, es kann nicht passieren. Es kann nicht wahr sein. Warum sagen sie, dass ich jetzt sicher bin, wenn es zurückkommt? Es ist schwierig zu sagen, was es war. Ich zitiere jedoch immer noch. Er schubst mich von der Treffer, als ich voller Panik versuchte, die Flucht zu ergreifen. Ich habe einen Dietrich gefunden und kann jetzt das Euring-Schloss öffnen. Dann kann ich sehen, woher das ganze Blut stammt und was die Quelle dieses Albtraums ist. Es würde ja passen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es sieht so aus, als würde das Ding fliehen. Das war so schlimm, dass man ab hier alles zugemauert hat. Da hinten steht schon wieder jemand. Das sehe ich doch. Ach nee, das ist ein Bild. Ahem. Am Abdruck. Schmeidig. Ping. 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 Im rischio. Ping. Abreißen Da ist Licht an Ist das der Raum des Killers? Wer hat er gejagt? Wer hat er gejagt? Wer hat er gejagt? Nein! Nein! Ich finde einen Weg aus dem Zimmer Was zur Hölle war das? Kann ich meinen eigenen Sinn noch trauen? Wurde schon Zeuge eines Kampfes Ein schwer verwundeter dünner Mann versuchte verzweifelt aus dem Keller zu fliehen Während ein Angreifer, der eine Maske und einen Zylinder trug Oder der der im zweiten Kapitel schon draußen stand Und dann später auch in unsere Wohnung Versucht ihn aufzuhalten Ich habe mir das nicht eingebildet Das Blut ist immer noch klar und zu erkennen Sein metallischer Geruch Tritt in meiner Nase Und auch die Stange, die von Aufwahl verbogen ist Liegt noch hier Aufwahl Wer von den Leuten ist echt Was ist da von Einbildung? Zahnrad Wo es ein Zahnrad gibt, muss es auch ein Mechanismus geben Wem es entfernt wurde Es sieht so aus, als wäre das Opfer ein Richter Aber warum wurde der Empführer diese Perücke in den Keller bringen? Wollte er den Mann verhören? Ah, ein Richter wurde vermisst Wo ist denn das nochmal? Da Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert Der zum Gast aufgerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst Da ein Greifer gegen äußerste Brutalität war Hier das Opfer wurde aufgeschlitzt Und zählige Schnittwürfen und Verbrennungen weisen nach dem Opfer über eine längere Zeit gefoltert wurde Und der Typ hier hat ja auch den Vater von Nikolas den Hof hier verkauft Der Schlag war so kraftvoll, dass sie völlig verbogen ist Das ist keine Einbildung Das ist mir echt, was hier passiert Ja, wie sind sie rausgekommen? Wenn man das denn doch machen muss Wurbel Moment Wenn das der Richter war Wen haben sie gefunden? Das war dann nicht da Ich dachte Hallo? Hallo? Wurde Ich dachte Ich dachte Ich dachte Hier wäre eine Blutspur Was ist denn hier raus? Und dann in den Wald. Natürlich jetzt eine super Idee jetzt auch in den Wald zu gehen.